Was war das für ein aufregendes Jahr, was war das für eine Pokalverleihung? Ich freue mich darüber berichten zu dürfen und wie ihr hier auf der rechten Seite von mir seht, seht ihr das neue Auto, das der Steve gepaintet hat, womit ich dann auch mitfahren werde und euch auch ein bisschen zeigen werde, wie die Strecken sind und habe heute natürlich einige Leute im Interview. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird und die werden euch ein bisschen was von den Teams erzählen. Viel Spaß damit!